Hallo Leute, es geht weiter mit American Mac G's Alice. Ich hab ein bisschen Schiss hier gerade wieder rumzustehen. Kann ich hier nicht auch rumklettern? Ja, ich werde hier nebenbei beschossen. Das ist sehr nett. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Oh, ich hab ein bisschen Angst. Ich bleib lieber mal in Bewegung. Und das war jetzt einfach nur um die Dinge hier... Oh Gott. Nee, ich geh hier lieber wieder runter. Weil ich muss ja eh da vorne lang. Ja, danke. Boah, diese Viecher. Nervig, nur was mach ich jetzt? Hm. Okay, ich kann schwingen. Dann schwinge ich mal da lang. So, bin ich hier schon mal drauf gelandet? Das ist top. Aber wo geht's jetzt hier weiter? Der Pilz leuchtet da oben. Soll ich doch da oben lang, oder? Na, dann hab ich's da jetzt hier vermasselt, oder? Oder kann ich mich hier rauf schwingen? Bestimmt, ne? Wah! Oh, oh, das war nicht gut. Jetzt kommt der Fisch wieder. Der Fisch kommt wieder. Ich hab's sogar noch geschafft. Okay, nochmal schwingen. Schwingen, 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 schwingen. Uh, und rüber. Yay! So. Da kannst du jetzt... Das war richtig fies. Richtig fies war das. Vor allem, weil ich den voll weit weggeschmissen hab. Und dann kam die Bombe. Und erst dann ist das so passiert hier. Ja, nur, ist klar. Hat doch mal auf damit. Ja, ist gut. Kannst du dich nicht einfach mal hochhangeln? Ey! Da muss man ja wieder zurück. Sonst werde ich ja hier ständig angegriffen. Da kommt der schon wieder. Der Arsch. Den würde ich gerne mal abschießen. Den Blödmann. Das war auch nicht geschickt. Ja. Immer rauf auf mich. Bin ja nur ich. Schwingen, schwingen, schwingen. Lalalalala. Geschafft. So. Hier speichere ich jetzt wieder. Ich bin ja nicht doof. Klappt das jetzt mit dem Feuerdingens? Oder klappt es nicht? Weil jetzt kommt der nämlich und beschießt mich wieder. Weiß es ganz genau. Genau. Ihr könnt da hinten alle niederbrennen. Wann kommt der Robo hier? Die Robo-Wespe. Ah, da ist sie schon. Ich bin hier kurz vorm Sterben. Schubs. Jetzt nicht mehr. Sehr gut. Hier ist eine Höhle. Da kann ich mich kurz mal verstecken und verschnaufen und speichern. Alles, was eben so dazugehört zu einer Verschnaufpause. Und dann geht's auch schon weiter. Da kommt schon wieder eine. Hör auf damit! Boah. Ja. Jetzt reicht's mir nicht. Wenn ich die Möglichkeit hab, mach ich dich platt. Wo bist du? Wo bist du? Versteckt sich das Vieh jetzt auch noch? Mann, nicht beschießen. Mann! Wo bist du? Da oben. Ich knall dich ab. Und wenn ich jetzt wieder rauf springe, dann falle ich hier in die Tiefen hinab. Und das war's dann mit mir. Ich seh das schon kommen. Wah! Wah! Das war's, Alice. Das war's. Nö, das war's sogar nicht. Nö, aber nochmal hier jetzt hochlaufen. Und das, nö, das muss ich sagen. Tadam! Tadam! Ja. Ja. So läuft das im Leben. Aber da war noch eine. Da. Da ist die nächste. Verdammt. Oh, ich hab's geschafft. Oh, da ist der Hase. Nein! Ich will nicht getroffen werden. Schnell darüber. Schnell. Du hast dir aber Zeit gelassen. Wieso das denn? Du bist doch einfach weggelaufen. Ich hatte Grund. Hüble nicht über Gründe nach. Die Raupe wartet. Ich erinnere mich. Mimosenhaft, launisch, raucht zu viel. Nicht schlecht. Warum gerade die Raupe? Niemand im Wunderland ist weiser als sie. Nur sie weiß, wie du uns retten kannst. Bleib nicht hinter mir. Der Weg ist gefährlich. Und die Zeit ist knapp. Na, ich bin noch nicht tot? Ach, so kurz. Da kurz davor, ne? Sag ich doch. Das war so klar. Also, da kann mir keiner sagen, dass das nicht fies ist. Mein lieber Schwan. Das ist ganz schön schwer. Ja, komm. Mann. Ich hab dich doch fast gehabt. Scheiß Vieh. Mist. Schnell rauf. Und hinspringen. Und? Na komm. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Schnell, 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 schnell. Bla, 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 bla. Ich weiß. Hab ich. So, ich hab zwar sehr wenig Energie, aber wird schon schief gehen. Ey. Warum treffen die mich immer? Ich weich doch schon. Leck mich doch am Arsch. Echt. Blöden Scheiß. Brunsen. Das war's mit dir. Hä? Na, ha, ha. Na, ha, ha. So. So. Brache ist süß. Jetzt hab ich auch wesentlich mehr Energie als vor. Ist viel besser. Hui. Ach, nö. Oh Gott. Die hat mich voll... Tschüss, Alice. Ich bin voll auf sie drauf. Das war nicht so gut. Kann ich vielleicht erstmal auf den Ast hier? Schwingen, schwingen. Nein. Das klappt nicht. Da fällt Alice in die unendlichen Tiefen des Tränensäes. Kann ich ihn nicht von hier platt machen? Oh, er trifft mich und ich ihn gar nicht. Geht ja gar nicht. So. Och, immer diese Brunsen. Mann. Und die noch und andere noch und alle auf einmal. Gib mir deine Energie. Schnell, schnell, schnell. Keine Zeit für so einen Scheiß. Ja, bleib da stehen. Ah, verdammt. Ich hab kein Mana mehr. So. Hier muss ich mal schnell speichern. Ja. Genau. Hilfe! Sie kommen schon wieder. Mana? Mana? Nein. Nein. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Komm mal raus da aus dem Wasser. Haha. Wieder auferstanden. Wo muss ich denn lang? Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Aber ich kann ja nur hier lang. Nee, kann ich gar nicht. Nee, nö. Ach, nö, 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 nö. Ich fang jetzt hier nicht wieder da. Nö, nö. Das könnt ihr vergessen. Ja, ist okay. Immer drauf. Auf mich. Ich hab euch auch so viel getan. Wo bist du denn? Mann, oh. Ich mach euch fertig. Ja, was? So kann's gar nicht auch. Stirb. Stirb. Warum stirbt er nicht? Ah. Mann, oh. Es ist so frustriant. Vielleicht sollte ich das mit der Ameise lassen. Ja, ist gut. Ich kletter ja schon so schnell ich kann. Ist schwierig. Ich speichere mal hier an der Stelle. Ja. Ping, ping, ping. Hier, mein Feuerwürfel. Vielleicht hilft der ja. Schubs. Na komm. Ja, toll. Komm, brenne. Brenne. Es brennt das Vieh. Hehehe. Hehehe. Ich komme so Stück für Stück voran. Besser als gar nicht. Da ist der Hase. No. Muss ich jetzt hier runterfallen? Nein, nicht zu mir. Nein, dann brenne ich. Oh, sie brennt. Das ist gut. Sie brennt. War wieder so doof gelegt. Ich will immer, dass das runterfällt. Nervt doch nicht. So, das Vieh ist kaputt. Das war zwar jetzt knapp, aber... Ach, das Ding. Mann. Ich check das immer nicht, dass diese Feuerhügel... Dass die mich so... Oh, ich lebe ja noch. Ich lebe ja noch. Mh, wie komme ich da rüber? Oh, was mache ich hier? Die arme Alice, sie wird von mir richtig durchgequält. Das ist nicht so schön. Ja, und ich muss hier vieles noch verstehen, merke ich gerade. Also, dass dieser Hügel mich da so platt macht, das hätte ich gar nicht so gesehen. Brennst du auch, oder... Ey... Falle in die ewigen Tiefen. Voll auf mich drauf. Ich sterbe doch wieder. Ja, ich... Man sieht sie nicht mal mehr sterben. Es gehen einfach nur noch die Augen zu. Ich glaube, der Würfel ist nicht so gut hier an der Stelle. Ich wechsle die Waffe mal lieber. Weil das ist echt zu schwierig. Also da... Oder ich warte auf die Brumsen. Dann warte ich... Ah, da ist sie ja. Ja, ne? Ja, ja, ja. Ihr macht mir nämlich ganzes Leben da schwer. Da habe ich ja mal gar keinen Bock drauf. So. So ist nämlich Schicht im Schacht. Und das ist viel, viel besser. So, das war's. Äh, und du beschießt mich von da hinten? Ja, das Spiel kann ich auch umdrehen. Jetzt habe ich nämlich mehr Ruhe und jetzt sehe ich euch alle überhaupt. So, und da rüber. Schnell. Super. Geschafft. Aber da komme ich leider nicht so einfach hin. Moment. Da muss ich mal speichern. Das mal so als erstes. Und dann springe ich mal... Ja, wo springe ich denn mal hin? Da kann ich hin? Boing. Und... Wohin? Wah! Halt dich fest, halt dich... Okay, ist in Ordnung. Du bist automatisch hier... Also, es ist wirklich ungenau. Also, wenn man da rauf springt, dann kann man sich nicht so einfach festhalten. Ihr seht ja, die bringt mich überall hin, nur nicht direkt da an das Ding. Ist hier noch irgendwas? Nee. Oh Gott. Da ich den Sprung geschafft habe... Abspeichern. Hallo? Alles hier sicher? Da sind diese komischen kleinen Hügel, die mir schaden können. Wo muss ich jetzt hin? Und warum kann sie eigentlich nicht hochklettern? Das ist voll doof. Das macht auch gar keinen Sinn. Kannst du nicht hochklettern? Nö, du kannst nur schwingen. Und nicht mal das kannst du hier. Oder wie darf ich das verstehen? Kann sie echt nicht klettern? Also, das wundert mich ein bisschen. Angriff vorwärts bin, rückwärts springen. Ab nach unten, links, rechts drin, Schritt nach links. Ach, ich kann Schritte sogar machen. Nee, das ist das... Das ist das WASD. Nee, das ist nicht was anderes. Grinse, Kasse, Pause, Messer, Willen, Karten, Würfel, Hasenbombe. Ach, und speichern kann ich direkt mit F4. Okay. Ja. Stand aber nichts mit Klettern. Ich habe das jedenfalls nicht gesehen. Ja, hältst du dich da auch nochmal wieder fest, oder? Ach, und jetzt schwingt sie auch wieder. Ja, das ist ja wunderbar. Dann schwing dich mal zu den... Wir können doch niemals zu dem Pilz hochkommen. Das schaffe ich doch nie. Hä? Das macht ja alles, Mann, gar keinen Sinn. Sie muss hochklettern, anders funktioniert das niemals. Nee. Aber mit WASD und so kann ich nur noch links und rechts schwingen. Nicht klettern. Probier hier gerade rum. Kannst du nicht hier irgendwie mit dem Mausrad oder Maus... Nee, ich kann nur schwingen. Nicht klettern. Das ist doch komisch. Und wenn ich da hinklettern könnte, könnte ich auch auf den Pilz springen. Na so? Eher nicht. Da kommt das Krabbelvieh. Stirb! Na gut, dann nicht. Heyho! Oder an der Wand hochklettern. Hier so. Hochklettern. In der Wand und so. Nee? So. Dü-dü-dü. Barrow-Craft-mäßig. Nein? Warum denn nicht? Was soll ich denn tun? Da festhalten tut sie sich doch auch nicht. Nee, das... Also nee, das ist mir jetzt ein Rätsel. Das kann doch nicht sein. Da steht ja zumindest schon mal abwärts F. Hm. Hm. Warum steht man dann auch hochwärts? Hm. 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 Schwärtsklettern geht schocken. Dann muss ich ja nur die richtige Taste finden. Ach, da kommt die Katze jetzt. Also irgendwie kriege ich es nur hin, mich abwärts zu klettern. Komisch. Nur die Verrückten setzen Schmerz mit Erfolg gleich. Ja, ich probiere noch mal ein bisschen weiter rum und wenn ich dann weiß, wie man auch nach oben klettert und nicht nur abwärts, das geht mit F, dann, ne, da stand ja auch nirgendwo mit was mit Hochklettern oder so. Ganz komisch. Ich probiere hier schon gerade alle Tassen wie verrückt aus, aber ich komme gerade nicht drauf, ich nach oben kletter. Ich probiere das deswegen jetzt mal offline aus und dann sehen wir uns sowieso im nächsten Part von Alice. Jo, bis dann. Ja, ich hab jetzt Knobbein. Vielen Dank.